Viele Menschen sind aufs Auto angewiesen. Doch wenn die Gesundheit nicht mehr mitspielt und das Autofahren zum Risiko für den Fahrer und andere wird, kann der Arzt ein Fahrverbot aussprechen. Hallo, ich bin David und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bußgeldkatalog.org. Dieses Mal geht es ums ärztliche Fahrverbot. Welche gesundheitlichen Probleme können zu einem Fahrverbot führen? Der Arzt kann ein Fahrverbot aussprechen, wenn er den Eindruck hat, dass der gesundheitliche Zustand eure Fahrtüchtigkeit beeinflusst. Dabei orientieren sich viele Ärzte an Anlage 4 der Fahrerlaubnisverordnung. Hier findet sich eine lange und ausführliche Auflistung aller gesundheitlichen Probleme, die zu einem ärztlichen Fahrverbot führen können. Die vollständige Liste findet ihr über den Link in der Beschreibung. Die meisten ärztlichen Fahrverbote werden aufgrund von Krankheiten wie Epilepsie und Herzinfarkte ausgesprochen, da ein solcher Anfall während der Autofahrt sehr gefährlich werden kann. Diabetes gehört ebenfalls dazu. Denn bei einer starken Unterzuckerung kann der Betroffene ohnmächtig werden. Auch bei psychischen Krankheiten wie Demenz, akuten und starken Psychosen, schweren Depressionen und manisch-depressiven Phasen kann es zum Fahrverbot kommen. Gleiches gilt für Erkrankungen und Verletzungen, die das Gleichgewicht, die Sinneswahrnehmung oder die körperliche Mobilität einschränken. Ob ein ärztliches Fahrverbot erteilt wird, ist letztendlich aber immer eine Einzelfallentscheidung. Das ärztliche Fahrverbot muss nicht für immer gelten. Wenn die Krankheit nach erfolgreicher Behandlung und guter medikamentöser Einstellung im Griff ist, könnt ihr in der Regel wieder Auto fahren. Dazu ist eine erneute Begutachtung durch den Arzt nötig. Ist das ärztliche Fahrverbot rechtlich bindend? Ein ärztliches Fahrverbot ist nicht rechtlich bindend. Mediziner sind aber dazu verpflichtet, euch über eine bestehende Fahruntüchtigkeit aufzuklären. Das ärztliche Fahrverbot ist also vielmehr als ernst gemeinter Rat und Warnung zu verstehen. Ein Arzt spricht ein solches Fahrverbot in der Regel nicht leichtfertig und ohne ernsthafte Bedenken aus. Trotzdem droht euch grundsätzlich keine Strafe, wenn ihr das ärztliche Fahrverbot ignoriert und trotzdem Auto fahrt. Es sei denn, ihr verursacht dabei einen Unfall. Das kann dann ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Ihr könnt möglicherweise eine Teilschuld zugesprochen bekommen. Zudem kann euch auch die Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen werden. Unter Umständen ist auch eine Anzeige wegen Körperverletzung denkbar, sollten Personen bei dem Unfall verletzt worden sein. Solche Straftaten können mit einer hohen Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Außerdem könnt ihr wegen grober Pflichtverletzung euren Versicherungsschutz verlieren. Das ärztliche kann ein Behörd Fahrverbot werden. Rechtlich bindend wird das ärztliche Fahrverbot erst dann, wenn es zum behördlichen Fahrverbot umgewandelt wird. Das passiert, wenn der Arzt die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über die festgestellte Fahruntauglichkeit informiert. Ob der Arzt das tut, liegt in seinem Ermessen. Er ist nicht dazu verpflichtet. Die Fahrerlaubnisbehörde kann nach entsprechenden Hinweisen jedoch ein behördliches Fahrverbot verhängen. Wer dann trotzdem noch Auto fährt, macht sich strafbar. Musstet ihr auch mal aus gesundheitlichen Gründen eine Pause vorm Autofahren einlegen? Erzählt es uns in den Kommentaren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Like und abonniert unseren Kanal, um keines unserer Videos zu verpassen. Bis zur nächsten Folge von Bußgeldkatalog.org.